jetzt sind wir alle da dabei waren das gerade so die ultra guffel gegner die hätten wir so mega hart zerstört ne ja und jetzt kriegen wir so zwei typen oh gott siehst du die faken dich so hart ab die diese so an ihrem halten so an ihrem fake fest dass sie einfach gar nichts vor schießen auch wenn sie könnten ja ich hab mir gesagt wir faken nur also faken wir nur andere macht heute andere cosplay ist doppelt so effektiv lege hat den ball gespielt junger dieser arsch jetzt tu ihn in die mitte auch immer nach hinten ok nichts gemacht und 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 Aber man sieht mich leider nicht, ich stehe da nicht unten die ganze zeit so Du nicht Wollen wir mal sehen Oh Gott Oh Leute Oh Gott Oh Gott Risky Backpass Au Schubst er mich Oh yeah Oh Oh Ich dachte mir ich mach mal Benny Cosplay heute Der wär aber geil gewesen, der wär richtig geil gewesen Jo Oh ne hat er nicht, hat er, wollte ich sagen, hab ich nicht Oh Ich glaub dass er den noch wow und wie er gekriegt hat Achtung, hinter Was denn? Nicht schön gut Oh Ups Sollte das etwa ein Zeiling Shot werden? Ähm Versuch Wow Hallo André Hallo Hallo Sahnewitz Aua Alter was ist denn mit dem Basti Ich muss mal kurz auf mein Handy gucken Mach mal ein Tor Mach mal ein Tor Ich bin heute schon wieder so richtig im Boss Modus alter Im Boss Modus? Außer was ich das auch nicht treffe Oh Gott diesmal nicht Ah Ui Wow Hätte er den nicht nochmal gespielt, wär der mir vorbeigekullert Ich konnte mich gar nicht schnell genug drehen So Ich spiel mal wieder mit glaub ich Krieg das ja nicht geschissen hier Ja Ja also 90% von der Zeit wie du weg warst haben wir ja in deren Feld umgespielt Ups Auf deren Seite Hu Ha ha Hmm Overtime 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 Hau Ha 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Hm, sterbe ich, wenn ich jetzt gerade am Guthaben aufladen bin? Wahrscheinlich, ne? Sterben? Also, ich spiele gerade nicht. Warte. Dann nimm doch mal den Controller in die Hand. Ja, zur Transaktion zurückkehren. Hippi, da muss man schnell den Controller in die Hand. Autorisieren. So, jetzt ist hier irgendwas passiert. Ich kann hier spielen. Okay. Dann ist es jetzt genau dein Part. Oi. Einsatz verpasst. Oh, uh, okay. Hängt hier irgendwo in der Luft rum. Wuhu. Oh. Oh. Alter, was? Boah. nope was hey wow alter leg okay 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 ui hätte er mich beinahe gefakt okay das stand mir ein bisschen im weg rum ich bin gar nicht so am pre-flyen hier was ist da los ach komm ey oh dieser pass alter easy oder schöner pass okay so okay 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 Oh, von einem Boots vorbeigefahren. Na, Rachen gibt's. Soll, guter Save. Oh, da noch hier vorne, da. ... 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 das match geht wohl auch ins fünfte spiel ich habe den tab geschlossen nein gar nicht ich habe den tab irgendwo in meinem browser versteckt habe im vordergrund damit ich nicht abgelenkt werde und mit discord davor wird nämlich nicht gerne abgelenkt hauptsache sie sind explodiert einfach mal volles food durchhacken oh gott Easy win, Jura. Roll roll roll. Easy, easy. Es ist irgendwie total merkwürdig, diese RLCS irgendwie kann...